Hallo, hallo, ich bin Inessa. Danke, dass ihr da seid. Heute zeige ich euch ein fertiges Bild, ein fertiges Diamond Painting Bild, was ich schon mal gezeigt habe in so einer Übersicht. Ich habe vor kurzem es bekommen und jetzt habe ich das auch fertig. Dann am Ende versuchen wir heute noch das Bild zu lackieren. Warum nur versuchen oder vielleicht klappt es auch, werden wir dann sehen, dass wir dann spontan quasi klar. In meinem letzten Video habe ich gesagt, dass ich jetzt ein großes Diamond Painting Bild mache und dazwischen, damit ich da nicht so Schnauze voll habe von dem Bild, mache ich was Kleineres, irgendwelche kleinere Bilder oder so. Und jetzt ist es da, ist fertig. Das ist so eine süße Mizzikaze. Genau. Die Mizzikaze mit der süßen Krone habe ich bei aliexpress.com bestellt. Das Bild ist 30 x 40 cm groß. Das ist aber nicht das Bild, sondern ein Leinwand. Das Bild selber ist 24 x 34 cm. Genau. Da oben steht auch. Das habe ich aufgeschrieben. Es sind bloß wie viele? 15 Farben waren noch mit dabei. Also nicht viel. Ich stehe ein bisschen näher. Diese Sikone, was mir hier am meisten gefällt, irgendwie. Ist wirklich schön. Die ganzen speziellen Kristallen, die sind auch mega toll. Die glänzen super. Die Qualität ist auch top. Ja, diese großen Kristallen, diese Schmuckkristallen, die sind auch, finde ich, toll, passen sehr gut zu dem Bild. Ja, wie man sieht, es wird nicht komplett alles gepaint, sondern so. Dazwischen ist auch ziemlich viel Platz, was einfach so frei bleibt. Ja, das Bild habe ich in zwei Tagen fertig bekommen. Normalerweise, wenn man sich Mühe gibt, kann man auch an einem Tag alles fertig machen. Aber ich dachte mir, nö, ich übertreibe mal nicht. Ich lasse mir ein bisschen Zeit. Und so die obere Hälfte habe ich an einem Tag gemacht. So von der Nase oder von der Krone bis zur Nase. Und das untere Teil von der Nase und alles, was darunter ist, habe ich an dem anderen Tag gemacht. Also dafür habe ich zwei Tage gebraucht. Aber so wirklich alles mit der Ruhe. Weil wie gesagt, ich mache die ganzen Bilder immer entspannt und ruhig. Ich genieße es einfach. Wenn ich die Zeit habe, dann mache ich es einfach. Ja, wie man sehen kann, die Katze hat so einen Anhänger, das war mir ein bisschen unklar. Das Blau ist so mit so blauen Kristallen gepaint und glänzt auch schön. Was mir aber nicht klar ist, warum so ein Kristall, so oben auf dem Stirn von der Katze ist auch so blau. Aber ich habe auch schon geguckt, ob es klebt oder nicht. Das ist auch nicht mal klebrig, da kann man nicht drauf kleben. Das war mir ein bisschen unklar geblieben. Das alles ist so quasi mit so speziellen Kristallen beklebt und dieser Kristall oben nicht. Naja, das war bestimmt so gedacht, so geplant. Sieht trotzdem gut aus, finde ich. Weil die Augen, die sind auch quasi nur gemalt. Also das ist auch nicht gepaint. Aber wahrscheinlich muss auch nicht sein, sonst wäre es zu viel. Also diese großen Kristallen, diese goldene, das wurde alles dran geklebt und natürlich die ganzen kleinen. Auf der Liste sieht man auch, es sind acht Farben von den kleinen Kristallen, speziellen Kristallen und die restlichen waren diese spezielle, große, in verschiedenen Formen und Farben. Ja, also finde ich, das Endresultat ist wirklich schön geworden. Ich zeige euch, wie das bei mir alles organisiert war. Ich habe so eine tolle Dose, die ist immer noch mit dabei. Da ich nicht so viele Tüten hatte, nicht so viel Zeug an sich, sagte ich mir, was anderes wäre jetzt Quatsch. Habe ich jetzt einfach alles rein getan und es war auch gut so, weil es schön bequem, da ganz einfach zumachen und gut ist. Also von allen Kristallen ist was übrig geblieben, außer eine Sorte zeige ich dann auch. Von den kleinen, wie man sieht, da ist wirklich viel noch da geblieben. Also die speziellen Kristallen sind auch übrig geblieben, so diese goldenen Tröpfchen oder was das ist. Aber von einer Sorte, das war die Sorte mit diesen großen, diesen, weiß nicht Tropfen, diese große Kristallen, von denen bloß zwei Stück da ist und es war auch bloß zwei Stück da. Also falls ich da was Kaputes hätte oder irgendein Kristall, was defekt wäre, hätte ich natürlich ein Problem. Aber zum Glück hat alles geklappt, die waren alle in Ordnung, aber übrig ist dann nichts geblieben. Die anderen sind auch alle da, auch die Sternchen, auch alle Farben. Also es ist wirklich viel übrig geblieben, muss man ehrlich sagen. Und was hier auch wichtig ist, die ganzen Kristallen haben echt gute Qualität. Also ich hatte nicht wirklich etwas Defektes. Also es war wirklich, fast in jeder Farbe mal so ein paar Kristallen defekt. Es ist auch normal, aber es war wirklich nicht viel. Das hat mich richtig gefreut. Ja, das sind nur so kleine, goldene Kristallen. Da ist wirklich viel noch da. Da kann man noch zwei Katzen draus machen. Die anderen auch. Also auf jeden Fall kann man noch draus was machen. Naja, ich finde schon was. Ja, und jetzt wollte ich ja noch mein Bild lackieren, aber da ich nicht wirklich weiß, ob jetzt mein Lack wirklich passt. Weil mit dem anderen Bild, mit meinen Busteblumen, fand ich, dass das Bild hinterher dann nicht wirklich geglänzt hat oder zumindest nicht so doll wie davor. Deswegen wollte ich jetzt erstmal den Klarlack mit euch testen, auf diesen speziellen Kristallen. Das mache ich jetzt gleich und da werden wir auch sehen, wenn es okay ist, wenn die dann immer noch so glänzen, dann mache ich das auch. Dann machen wir zusammen. Dann versiegeln wir, lackieren wir das Bild mit euch zusammen. Ja, ich zeige jetzt nochmal, wie das Bild glänzt, dass man sich noch so merken kann. Ja, die glänzen alle. Man sieht es auch. Alle Kristallen, auch alle speziellen Kristallen sind wirklich glänzend. Die hellbraunen oder dunkelbraunen, die waren so matt, aber glänzen trotzdem irgendwie in der Kamera sehe ich gerade. Ja, und da sind die Schnurrhaare, die sind toll, die finde ich am schönsten auch. Die Blümchen, die Ohren, diese Rosakristallen, die sind auch matt und ansonsten ist alles glänzend. Ja, hier sieht man auch am Ohr, dass die Rosakristallen auch matt sind. Und dann sind die goldenen, die hellbraunen, die weißen, die sind alle glänzend. Die goldene sowieso. Ja. Ja, also die blauen, die sind auch glänzend. Also eigentlich, die großen Kristallen machen wir an sich so Sorge, was so Lackieren angeht. Ich weiß nicht, wie sie dann hinterher aussehen. Ja, das muss man jetzt alles ausprobieren. Das machen wir auch gleich. Wie ich schon gesagt habe, mit euch zusammen. Jetzt habe ich so ein Blatt Papier genommen, einfach so ein doppelseitiges Klebeband draufgeklebt, das ganz normale Klebeband von Tesa. Und ich werde jetzt einfach so Kristallchen, ich habe von allen Farben ein bisschen was genommen, einfach zusammen gemischt. Und jetzt werde ich einfach so in so zufälliger Reihenfolge einfach dran kleben, dass ich so ein improvisiertes Bild habe. Jetzt bin ich fast fertig. Ich habe natürlich nicht alles beklebt. Ich habe jetzt nur alle Kristallen genutzt, die ich vorbereitet habe. Es reicht mir auch. Ich finde, diese Fläche, was ich jetzt fertig habe, reicht auch. Mehr brauche ich nicht. Jetzt mache ich nur die letzten paar Kristallen fertig und versuche, das zu lackieren, zu versiegeln. Hier sind auch ein paar defekte Kristallen mit dabei gewesen, aber das ist wirklich minimal. Das sind die zwei, drei Stück. Das ist wirklich... Also die Qualität von den Kristallen in diesem Bild war echt gut. Also muss man wirklich sagen. Das hatte ich auch noch nicht. Jetzt versuche ich, das mit meinem Klarlack zu versiegeln und mal sehen, was dann draus wird. Ob das dann noch genauso glänzt wie davor. Damit wir das dann besser vergleichen können, zeige ich euch jetzt. So sieht es jetzt aus. So glänzt das. Wir merken uns das. Und dann hinterher muss man gucken, ob es genauso geblieben ist. Das ist mein Klarlack. Acryl Klarlack. Glänzend. Auf der Wasserbasis. Genau, den habe ich einfach im Baumarkt gekauft. Nichts Besonderes. Der war auch nicht teuer. glaube ich, etwa so um die acht Euro. Ja, das kann man überall, glaube ich, kaufen. Aber wie gesagt, bei einem anderen Bild war ich so ein bisschen nicht enttäuscht. Aber irgendwie fand ich, dass das Bild vorher mehr geglänzt hält, als dann hinterher nach dem Versiegeln. Deswegen will ich jetzt bei den... Und da jetzt diese Kristallen wirklich glänzend sind, will ich das jetzt ausprobieren. Nicht, dass die Katze dann überhaupt nicht glänzt, ja. Also das wäre dann ärgerlich. Deswegen mache ich jetzt diesen Test jetzt mit euch zusammen. Ich nehme so ein bisschen mehr Klarlack. Bei der Katze brauche ich noch mehr, weil dadurch, dass die Leinwand nicht komplett beklebt wird, dass ich dann auch sehe, wie das aussieht, wenn zwischen den Kristallen noch ein bisschen Klarlack landet. Also ein bisschen verteilen, dass alles ordentlich aussieht. Und werde ich das dann auch für eine Weile einfach liegen lassen, bis es trocken ist. So ist es geworden jetzt. Es ist frisch lackiert, ein bisschen gekleckert. Ja, das ist nicht schlimm. So sieht es jetzt aus. Sieht man so milchig. Na, die glänzen zwar immer noch, aber sieht man diese milchige Schicht, diesen Lack, der so milchig. Durchsichtig, aber milchig. So sieht man besser, glaube ich, ja. Ja, zwischen den Kristallen, das sieht man sehr gut jetzt. Jetzt lasse ich das einfach trocken und mal sehen, wie das wird. So, jetzt sind vier oder fünf Stunden vergangen. Jetzt ist dieses kleine Stück auch schon trocken. Also Klarlack ist trocken geworden. Und gucken wir mal, ob es immer noch glänzt. Und wie ihr sehen könnt, das glänzt immer noch. Sogar so doll, dass meine Kamera nicht fokussieren kann. Genau, das glänzt immer noch. Von dem Klarlack sieht man nichts. Also ich glaube, man kann auch das Bild lackieren. Also ich nehme dann immer noch diesen Klarlack. Stehe da, habe ich schon vorbereitet. Diesen Pinsel, sechs Zentimeter breit. Habe ich bei Amazon gekauft irgendwann mal extra, um meine Bilder zu lackieren. Und jetzt mache ich das auch mit euch zusammen und mal sehen, wie das im Endeffekt das Bild aussieht. Weil, naja, bin ich mal gespannt. Habe ein bisschen Angst. Aber ich hoffe, es wird dann immer noch so glänzend bleiben. Weil, naja, es wäre ziemlich ärgerlich. Ja. Weil ich wollte so sehr so ein Bild oder die Katze so diesen speziellen Kristall haben, das ist dann auch hinterher glänzt. Weil ich weiß nicht, ob ich dann auch gleich einen Bilderrahmen dafür kaufe. Weil ich werde das zwar machen, auf jeden Fall. Aber ich weiß noch nicht, wo ich dann das Bild hinstellen muss oder hinhängen muss. Deswegen wollte ich jetzt einfach lackieren, dass ich das auch eine Weile aufheben kann und mit dem Kristall nichts passiert. Weil, wie ihr wisst, dass zwischen den Kristallen, in solchen Bildern, wo zwischen den Kristallen so Platz bleibt, natürlich dieser Kleber, diese Kleberschicht, da drunter ist ein bisschen mehr quasi da. Also um die Kristallen ringsherum ist da noch ein bisschen Kleber. Und wenn das einfach so irgendwo liegt oder hängt, natürlich wird da Staub gesammelt. Und so, wenn ihr wie ich so eine Katze habt oder so, irgendwelche Haustiere, natürlich auch Haare von den Tieren. Und deswegen will ich das vermeiden und will das einfach alles sicher haben. Also man sieht auch gleich, dass die Katze auch so milchig weiß wird. Oh, ich hoffe, dass es dann auch weggeht, diese milchige Schicht. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ja, hier ist wichtig, glaube ich auch, das alles richtig gut zu verteilen. Dass nirgendwo so klar lackfützen bleiben. Weil manchmal ist es so, leider. Und wenn man so große, spezielle Kristallen hat, dann sowieso. Weil da lässt sich der Klarlack nicht so gut verteilen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass dazwischen und auf den Kristallen nicht unbedingt viel hängen bleibt. Naja. So machen wir das jetzt fertig. Das Bild ist nicht groß, deswegen das geht ziemlich schnell. Lackieren wir jetzt bis zum Ende. Und dann lasse ich das Bild auch, glaube ich, über Nacht trocken. Dass es wirklich dann richtig trocken ist und der Klarlack komplett ausgetrocknet ist. Dass wir dann auch wirklich den Endresultat sehen können. Also jetzt schon. Entschuldigung. Fertig. So, nur noch die letzten Striche. Die Schnute nochmal ein bisschen lackieren. Die Nase. Die Öhrchen. So. Alle super lackiert. Und jetzt abwarten, wie das wird. Oh je. Und. Tada. Tadam. Jetzt sind wirklich zwölf, fünfzehn Stunden vergangen. Also die Katze ist wirklich trocken. Das Bild ist wirklich trocken. Klarlack komplett trocken. Nochmal ja. Und. Was sagt ihr? Ich finde die Katze glänzt sogar ein bisschen mehr wie davor. Also ich bin wirklich jetzt positiv überrascht und wirklich beeindruckt. Sagt mal so. Habe ich echt jetzt nicht erwartet. Wer sieht von dem Klarlack sieht man gar nichts. Null. Ist wirklich alles weg. Der ist komplett dosichtig geworden. Zwischen den Kristallen sieht man auch nichts. Ich bin echt glücklich jetzt. Die Katze ist super geworden. Und da kann man auch jetzt ruhig aufheben das Bild irgendwo. Ja. Das war toll. Kann man jetzt wirklich sagen. Das lag jetzt bei dem anderen Bild nicht am Lack. Das war wahrscheinlich das Bild selbst. Oder die Kristallen. Vielleicht andere Qualität. Der Klarlack ist gut. Kann ich dann weiter auch ruhig benutzen. Ja. Äh. Das war's für heute. Das ist das Endresultat meiner Katze. Danke, dass ihr da war. Dass ihr das Video geguckt habt. Wir sehen uns schon bald. Ja. Viel Spaß und alles Gute. Ich bin die Nessam. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020